...einen sensationellen Wurf raus. Schauen Sie sich mal an, ganz in Ruhe, diesen Wurf von Jan Seleschny. Ich sage Ihnen, der alte Weltrekord war bei 95,66 Meter. Dieser Sperrwurfwettbewerb von Jena wird in die Geschichte der Leichtathletik eingehen. Denn auch Raimund Hecht hat sich schon auf über 90 Meter steigern können. Wir sind gleich zurück in Jena.